Bedauerlicherweise benötigen viele der Themen, die in der Oberstufe behandelt werden, Vorwissen. Vorwissen, das Schülerinnen und Schüler in den Klassen 7 bis 9 hätten erwerben können. Allerdings ist in den Klassen 7 bis 9 kaum jemand aufmerksam. Und selbst wenn wir uns das Kind vorstellen, das in Klasse 8 das notwendige Interesse für Geschichte aufbringt, wird ihm kaum einsichtig sein, wieso die Völkerschlacht von Leipzig für sein weiteres Leben von irgendeiner Bedeutung sein sollte. Da sie aber von Bedeutung ist für vieles von dem, was im Geschichtskurs auf erhöhtem Niveau unterrichtet wird, versucht dieser Film die wesentlichen Ereignisse und Personen der deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts zusammenzukratzen. Und weil das Jahrhundert zu kurz war für alles, was da hineingehörte, spricht man mit dem großartigen Eric Hobsbawm vom langen 19. Jahrhundert und meint die Zeit von 1789 bis 1914. Der Film ist lang und er steckt voll mit Namen, Daten und Ereignissen. Es ist also vielleicht sinnvoll, gelegentlich auf die Pause-Taste zu drücken und ein paar der Übersichten oder Daten in eure Lernkartei zu übernehmen. Außerdem kommen in dem Film keine Frauen vor. Das liegt aber nicht daran, dass es keine Frauen gegeben hätte und Männer sich zu allen Zeiten der Geschichte durch Zellteilung fortgepflanzt hätten, sondern daran, dass man Frauen von den Dingen, die derzeit prüfungsrelevant sind, wie Kriege führen, Reiche lenken und so weiter, ausgeschlossen hat. Und noch zwei Bemerkungen zum Schluss, damit ihr euch nicht ärgern müsst. Ich kann nicht langsamer sprechen und die nordische Seele ist mir egal. Man kann die deutsche Geschichte des 19. Jahrhunderts nicht verstehen, ohne zuerst einen Blick nach Frankreich zu werfen. Die französische Revolution von 1789 trägt die revolutionäre Flamme nach ganz Europa. Es ist kein Flächenbrand, der entsteht, aber die Ideen, die mit Liberté, Egalité und Fraternité in die Welt geschickt werden, lassen sich nicht wieder einfangen. Bis heute nicht. Weder in Frankreich noch sonst irgendwo entsteht daraus eine stabile Demokratie, nicht mal eine stabile konstitutionelle Monarchie. Dafür sorgt in Frankreich selbst ein Mann, der heute noch als Karikatur jedermann gegenwärtig ist. Angeblich ist er furchtbar klein, war er gar nicht, und hat schreckliche Komplexe, hatte er gar nicht, verliebt sich in eine viel ältere Frau, die ihn hemmungslos an der Nase herumführt, das stimmt und wäre alleine eine schöne Geschichte, für die hier die Zeit fehlt, und krönt sich selbst 1804 zum Kaiser von Frankreich. Das ist insofern problematisch, als es bereits einen Kaiser mit dem Namen Franz gibt, der in Österreich sitzt und das Heilige Römische Reich deutscher Nation regiert. Es kann aber nur einen Kaiser geben, da der in der Vorstellungswelt der Menschen als oberster König Europas fungiert. Also macht Napoleon, dem die Vorstellung von einem oder zwei Kaisern weniger zu schaffen macht, als die Vorstellung eines Kaisers, der ein größeres Reich regiert als er selber, diesem Reich kurzerhand den Garaus, lässt den Kaiser in Wien sein Krönchen tragen und macht sich dran, große Teile Europas zu unterwerfen. Die Tatsache, dass Napoleon wie eine rasende Dampfwalze quer durch Europa pflügt, trifft bei den Unterworfenen naturgemäß auf wenig Begeisterung. Immerhin aber bringt er etliche Errungenschaften aus Frankreich mit, wie beispielsweise ein bürgerliches Gesetzbuch, den Code Zivil, der in Deutschland lange nach Napoleons Tod weitergeht und erst im Jahr 1900 durch das BGB, das bürgerliche Gesetzbuch, abgelöst wird. Der Code Zivil regelt und vereinheitlicht Eheschließungen, Scheidungen und etliche andere Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens an sich eine gute Sache. Der Unmut wächst dennoch, denn statt eines eigenen und demokratischen fortschrittlichen Landes hat man ein zerstückeltes Land, das von Frankreich beherrscht wird. In dieser Zeit entstehen Darstellungen wie diese der Göttin Germania, die von Hermann, korrekter von Arminius, dem Chiruska, befreit wird. Sie sitzt hilflos da und blickt dankbar zum Himmel auf, aus dem göttliche Strahlen anzeigen, dass es mit ihrer Befreiung seine Richtigkeit hat. Arminius stand in der Vorstellung des 19. Jahrhunderts für die Vereinigung der germanischen Stämme gegen die Römer und damit in einer Art Jahrtausende übergreifender Gleichung für die Vereinigung der Deutschen gegen die Franzosen. Ein gründlicherer Blick auf die Germania-Darstellungen lohnt sich, wenn man etwas über das Selbstbild der Deutschen im 19. Jahrhundert lernen möchte. Diese Darstellung von Karl Russ verweist auf das Römische Reich der Antike, das ja in der Vorstellung der Menschen geradezu nahtlos in das Heilige Römische Reich Deutscher Nationen übergegangen war. Arminius wird dargestellt wie ein Barbar und ist Muskelbepackt bis oben hin. Wir durften davon ausgehen, dass er als ehemaliger römischer Soldat anders aussah und sich vor allen Dingen anders frisierte, aber nun gut. Germania ist die holde Jungfrau, die gerettet werden muss vor den Fesseln, die ihre Feinde ihr angelegt haben. Insgesamt wird Gewalt hier alleine von Arminius ausgeübt und auch das nur, um Germanias Fesseln zu sprengen. Er tut also nichts anderes als das, was man von einem wahren Gentleman erwarten könnte. Die Dame selbst zieht keusch und fromm und mit betenden Händen zum Himmel hinauf und wartet geduldig und passiv auf ihre Rettung. In der Realität geht es etwas klarer zur Sache. Während der Befreiungskriege bilden sich die sogenannten Freikors. Das sind paramilitärische Zusammenschlüsse von bewaffneten jungen Männern, die gegen Napoleon kämpfen und die Farben Schwarz, Rot und Gelb wählen, weil erstens eine schwarze Jacke leicht zu beschaffen ist, zweitens ihre Mütter darauf Messingknöpfe nähen, die sind nicht teuer, sehen aber nach elegantem Gold aus, und drittens Aufschläge in Rot tragen, möglicherweise um das Blut zu symbolisieren, das vergossen wird, vielleicht auch um die Morgenröte anzuzeigen, die einen neuen und hoffnungsvollen Tag für Deutschland anzeigt. Freier von Stein, Fichte, Ernst-Moritz Arndt, Turnvater Jahn, dessen wahren Vornamen niemand mehr kennen muss, weil er für immer und alle Zeiten als bärtiger Turnvater vor etlichen Turnhallen des Landes hängt, machten sich daran, die Jugend der deutschen Länder in Kriegerischets Stimmung zu bringen. Wer also jemals im Sportunterricht auf dem Pferd hängen geblieben ist, verdankt das dem Turnvater. Die Geräte, die in den Kabuffs neben unseren Schulsporthallen stehen und wöchentlich darauf warten, aufgebaut und zur Freude der Schulkinder genutzt zu werden, sind also längst nicht so harmlos, wie sie aussehen. Erfunden wurden sie zur Wehrertüchtigung, um die deutsche Jugend auf den Krieg vorzubereiten. Durchaus erfolgreich. 1813 stehen Bayern, Österreich, Preußen und Russland Frankreich gegenüber. 600.000 Soldaten insgesamt und in der Völkerschlacht von Leipzig wird der bis dahin quasi unschlagbare Napoleon in einer drei Tage dauernden Schlacht geschlagen und flieht nach Frankreich. Den Sieg bezahlen 90.000 Soldaten mit ihrem Leben. Die Befreiungskriege enden damit aber mitnichten, deshalb heißen sie ja auch nicht Befreiungskrieg, sondern Befreiungskriege. Nachdem Napoleon auch alle anderen wichtigen Schlachten verliert, wird er nach Elber verbannt. Allerdings erinnert Napoleon in dieser Zeit ein bisschen an Robert De Niro in Cape Fear. Er taucht unerwartet wieder auf und will einfach nicht verschwinden. Nachdem er noch einmal für 100 Tage die Macht an sich gerissen hat, wird er 1815 endgültig nach St. Helena verbannt. So weit draußen, dass er wirklich nicht mehr zurückkommen kann und bleibt tatsächlich dort, bis er 1821 stirbt. Europa ist nun zwar Napoleon los, aber bevor der ging, hat er Chaos angerichtet, das sich nicht im Vorbeigehen wieder gerade biegen lässt. Die Fürsten Europas treffen sich in Wien zum Wiener Kongress, um Europa nach ihren Vorstellungen neu zu ordnen. Die polnischen Hoffnungen, einen polnischen Staat zu erhalten, erfüllen sich hier nicht. Nur ein kleines Stückchen des ehemaligen Staatsgebiets wird ihnen zugestanden und das wird in Personalunion vom russischen Zaren regiert. Dieses Kongress Polen ist nicht dazu angetan, polnisches Nationalgefühl zu befriedigen. Den Vorsitz beim Kongress hat der Österreicher Fürst Metternich, dessen Ziel ganz klar ist. Der Status quo ante soll wiederhergestellt werden, also der Zustand, in dem Europa sich vor Napoleons Eroberungen und vor der französischen Revolution befunden hat. Die Zeit der Restauration, also der Wiederherstellung beginnt. Das Heilige Römische Reich bleibt in der Versenkung. Kaum jemand der Anwesenden hat ein Interesse daran, den trägen Giganten wiederzubeleben. Stattdessen entsteht der Deutsche Bund, ein mehr oder weniger festes Bündnis zwischen Einzelstaaten, Einzelstaaten, die weiterhin souverän sind, einander aber im Verteidigungsfall zu unterstützen haben. Ziel des Bundes ist es, ein Kräftegleichgewicht in Europa zu sichern. Dieser Bund hat einigen Bestand und erfüllt seinen von Einzelstaaten erdachten Zweck, kann aber kaum die wachsenden Nationalgefühle großer Teile der deutschsprachigen Bevölkerung befriedigen. Spanien hat einen Nationalstaat, Frankreich hat einen, Großbritannien ebenso. Nur die deutschen Länder scheinen nicht in der Lage, sich zu einem gemeinsamen Staat zu vereinigen. Wie auch bei beinahe 40 souveränen Einzelstaaten mit souveränen Landesherren, von denen nicht einer bereit ist, ohne Not die eigene Machtfülle und Unabhängigkeit aufzugeben. Zur Feier des 300. Jahrestages der Reformation kommen 1817 500 nationalgesinnte Studenten und Professoren auf der Wartburg bei Eisenach zusammen und demonstrieren für die nationale Einheit und Freiheit Deutschlands. Auf der Wartburg hatte 300 Jahre zuvor Luther in seiner Inkognito-Identität als Junker Jörg gesessen und die Bibel ins Deutsche übersetzt und gilt den Menschen des 19. Jahrhunderts als Nachfolger des Arminius im Geiste. Während der die germanischen Stämme mit dem Schwert vereint habe, habe Luther das gleiche mit dem Wort getan. Dieses Wartburg-Fest ist der Höhepunkt der Studentenbewegung des 19. Jahrhunderts und endet in einer Verbrennung als konservativ angesehener Bücher. Das nationale Feuer hitzt die Gemüter auf. So sehr, dass der Student Nikolaus Sand sich in den Wahn hineinsteigert, er müsse den ansonsten völlig unbedeutenden Schriftsteller August von Kotzebou, den er für das Gesicht der Restauration hält, umbringen. Wie die Ärzte schon singen, Gewalt erzeugt gegen Gewalt. Und so nehmen die Fürsten unter Führung von Fürst Metternich den Mord zum Anlass, die Restauration weiterzutreiben, Zensurbestimmungen zu verschärfen, Studentenverbindungen zu verbieten, Sportvereine zu verbieten, Professoren zu bespitzeln, potenzielle Aufrührer wie Ernst-Moritz-Arndt oder dem bereits genannten Turnvater Jahn mit Berufsverboten zu belegen, alles zusammengefasst in den sogenannten Karlsbader Beschlüssen. Während daraufhin in weiten Teilen des Landes, nein, der Länder, eine behagliche Friedhofsruhe einkehrt, die in der Literatur als Biedermeier bekannt ist, gärt es unter der Oberfläche weiter. 1830 versammeln sich, angeregt durch die Pariser Julirevolution, etwa 30.000 Bürger, Handwerker, Arbeiter und wiederum Studenten und Professoren, zum Hambacher Fest. Besonders an diesem Fest ist unter anderem die Tatsache, dass nun nicht mehr nur Studenten und Professoren aufbegehren und einen Nationalstaat fordern, sondern dass diese Vorstellung einer einheitlichen Nation inzwischen auch bei den Handwerkern und anderen Nicht-Akademikern angekommen ist. Das lässt sich immer wieder bei der Entwicklung nationalistischer Bewegungen beobachten. Nationalismus benötigt keinen Staat und beginnt für gewöhnlich mit einer kleinen, elitären Gruppe, bevor er dann auf große Bevölkerungsgruppen überspringt und sich weiter ausbreitet. Das 19. Jahrhundert war also keinesfalls nur das Jahrhundert, in dem alle europäischen Staaten dauernd miteinander Krieg führten. Es war auch das Jahrhundert der Ideen. Drei von ihnen bestimmen noch heute unsere Politik maßgeblich mit. Das sind zum einen der Konservativismus, der sich verpflichtet sieht, das Alte, das Gute, das wir von den Ahnen haben zu bewahren und der den Staat als wahrer dieses Alten sieht. Der Liberalismus, der möglichst viel Freiheit vom Staat möchte und in dessen Vorstellung der Staat nur die Aufgabe hat, diese Freiheit des Einzelnen zu beschützen und der Sozialismus, der sich wiederum in mehrere Spielarten aufspaltet, von Anarchismus, der jedweder Herrschaft ablehnt, über die Sozialdemokratie bis zum Kommunismus. Gemeinsam ist diesen Spielarten, dass sie nach einer sozial gerechteren Gesellschaft streben und dass der Staat als wahrer dieser Gerechtigkeit und Beschützer der Schwachen betrachtet wird. Wenn das Hambacherfest auch keine dramatisch blutigen Folgen hat wie das Wartburgfest, verbreiten sich progressive und nationale Gedanken dennoch danach rapide weiter. Ein Vertreter der überaus progressiven Gedanken, Karl Marx, veröffentlicht 1848 im Jahr der Märzrevolution gemeinsam mit Friedrich Engels das Manifest der Kommunistischen Partei. Ein Buch, auf das sich Revolutionäre der nächsten 100 Jahre berufen sollen. Die Märzrevolution benötigt allerdings keine Anleitung auf tausend eng bedruckten Seiten. Wiederum inspiriert durch die Aufstände in Paris, dieses Mal im Februar, kommt es in vielen deutschen Städten zu spontanen Volksversammlungen, auf denen die Menschen Presse und Gedanken und Vereinsfreiheit verlangen, sowie ein nationales Parlament. In Wien kommt es zu Straßenkämpfen. Metternich wird vertrieben und flieht nach England. Vor dem Berliner Schloss entstehen aus einem von der Polizei angerichteten Blutbad tagelange Barrikadenkämpfe. Schlussendlich sind der Kaiser von Österreich und der preußische König gezwungen, Verfassungen zu versprechen, sowie freie, allgemeine und gleiche Wahlen, die zu einem gesamtdeutschen Parlament in Frankfurt führen sollen. Diese Frankfurter Nationalversammlung, in den Geschichtsbüchern häufig als Paulskirchenversammlung bekannt, setzt sich großenteils aus Bildungsbürgern zusammen. Die Handwerker und Arbeiter dürfen zwar nationale Gefühle entwickeln und auf den Barrikaden für ein geeintes Deutschland kämpfen, mitbestimmen sollen sie allerdings lieber nicht. Ein einziger polnischer Abgeordneter vertritt die Interessen des von Preußen besetzten Teiles Polens. Über den Parlamentariern hängt das Gemälde von Philipp Veit, einem Enkel des Philosophen Moses Mendelssohn, der euch vielleicht im Zusammenhang mit dem Drama Nathan der Weise begegnet ist. Das Gemälde zeigt die Göttin Germania, angetan mit den Farben Schwarz, Rot und Gold, Hanf, Zweig und Schwert in der einen und Schild in der anderen Hand. Ihre Fesseln, die sich in den Darstellungen des frühen 19. Jahrhunderts noch gehalten hatten, liegen zerbrochen am Boden. Diese Germania ist stolz, friedlich, optimistisch, aber gegebenenfalls kampfbereit. Tatsächlich einigt sich das Parlament auf eine gemeinsame Verfassung, eine nicht zu unterschätzende Leistung. Wenn man bedenkt, wie wenig demokratische Erfahrung und wie unterschiedliche Vorstellungen die Abgeordneten mitbringen. Die Verfassung enthält einen Grundrechtekatalog und Überlegungen zu den einzelnen Gruppen, die in einem geeinten Deutschland zusammenleben sollen. Den Abgeordneten schwebt eine konstitutionelle Monarchie vor, wie wir sie aus Großbritannien kennen. Der preußische König ist von der Verfassung allerdings ebenso wenig angetan, wie von dem Vorschlag, deutscher Kaiser zu werden. Stattdessen lehnt er die Paulskirchenverfassung ab und treibt die Abgeordneten, die nicht freiwillig nach Hause gehen und ihre Biedermeier-Mützen aus den Schubladen holen wollen, mit Waffengewalt auseinander. Wieder versinken die deutschen Länder für mehr als ein Jahrzehnt in Agonie. Während der deutsche Michel schläft, steigt anderswo Charles Darwin auf die Biegel und beginnt seine Forschungen. Mit seinem Buch über den Ursprung der Arten hat er einen gloriosen Versuch unternommen, die Welt zu verstehen. Mit Selektion, Vererbung und Variabilität untersucht er die Grundlagen der Evolution allen Lebens. Mit dieser Sternstunde der analytischen Forschung und Theoriebildung öffnet er allerdings auch die Tür für all diejenigen, die seine Überlegungen in ihrem Sinne nutzen und verdrehen. Während Darwin die derzeit existierenden Tiere und die Fossilien, die man im 19. Jahrhundert mit großer Begeisterung zu sammeln beginnt, untersucht und daraus Schlüsse zieht über das, was bisher geschehen ist. Warum sieht der eine Fink so aus, wie er aussieht? Warum sieht der andere so aus? Wenden sich Sozialdarwinisten und in ihrem Gefolge Rassisten, Antisemiten und sonstige Segregationisten in die Zukunft und postulieren die Notwendigkeit einer Zuchtwahl beim Menschen. Die Idee, dass es starke und schwache Völker gäbe, stammt aus dieser Ecke. Die Vorstellung, dass man manchen Menschengruppen verbieten sollte, sich fortzupflanzen. Ebenfalls die Idee, dass starke Völker reine Völker seien und noch so manches andere, was im 20. Jahrhundert in Europa dann auf seine grässliche Spitze getrieben wird. Als 1864 Fürst Otto von Bismarck vom König zum preußischen Ministerpräsidenten ernannt wird, kommt Bewegung in die Frage der einheitlichen Nation, wenn auch nicht in die Frage der demokratischen Mitbestimmung. Bismarck ist Preuße und ihm schwebt ein geeintes Deutschland unter preußischer Führung vor, selbstverständlich monarchisch. Die Annahme, dass es ohne Bismarck das deutsche Kaiserreich nicht gegeben hätte, ist nicht völlig abwegig. Inwieweit er tatsächlich plant, was in den folgenden Jahren geschieht, ist bis heute in Teilen umstritten. 1864 jedenfalls kommt es zum deutsch-dänischen Krieg. Gemeinsam mit Österreich gelingt es Bismarck, die Herzogtümer Schleswig und Holstein, die zu diesem Zeitpunkt zum Königreich Dänemark gehören, wenn auch, wie man auf deutscher Seite meint, auf umstrittener legaler Basis in den Deutschen Bund zurückzuholen. Damit erfüllt Bismarck eine zentrale Forderung der Revolutionäre von 1848 und schafft Sympathien bei den ehemaligen Revolutionären und bei den Nationalisten. Nachdem Dänemark aber auf Schleswig und Holstein verzichtet hat, kommt es zum Streit zwischen den Verbündeten Österreich und Preußen und damit zum nächsten Krieg. Bismarck erklärt den Deutschen Bund, dem ja Österreich und Preußen angehört haben, für aufgelöst, besiegt die österreichische Armee, nimmt für Preußen Hannover ein und gründet den Norddeutschen Bund. Währenddessen kommt es am anderen Ende Europas, 1870, zum Streit und die Thronfolge in Spanien. Frankreich will verhindern, dass ein hohen Zollern auf den Thron steigt, obwohl man sogar einen katholischen Hohenzollern mit berechtigten Thronansprüchen zu hand hätte. Preußen nutzt den Streit, um eigene Pläne nördlich der Alpen zu verwirklichen. Bismarck gibt die Forderung Frankreichs, für immer und alle Zeit auf jedweden Thronanspruch in Spanien zu verzichten, an die Presse weiter und sorgt damit für einen Aufschrei in der nationalen Öffentlichkeit. Frankreich wird bloßgestellt und erklärt Preußen den Krieg. Im folgenden deutsch-französischen Krieg gewinnt Preußen unter Bismarck. Das ist ein bisschen eintönig, ich weiß. Napoleon III., der französische Kaiser, wird gefangen genommen und nach einigen Verhandlungen wird das deutsche Kaiserreich ausgerufen. Ausgerechnet in Versailles, eine Demütigung Frankreichs, die sich rächen sollte. Bismarcks Saktieren führt dazu, Österreich von der Reichsgründung auszuschließen. Die sogenannte Kleindeutsche Lösung, also die ohne Österreich, lässt ein Kaiserreich unter eindeutiger preußischer Führung entstehen. 1871 wird Wilhelm I. zum deutschen Kaiser gekrönt. Wilhelm I., den man wegen seines weißen Bartes in Anlehnung an Barbarossa, den mittelalterlichen Kaiser, auch Barbar Blanca nennt. Die Flagge, die über dem Kaiserreich weht, trägt die Farben Schwarz, Weiß und Rot. Schwarz und Weiß waren die Farben Preußens und Rot und Weiß die Farben der Hansestädte. Die Flagge des Deutschen Reiches ist also eine ihrer nördlichen Bestandteile. Die hanseatische Komponente in der Reichsflagge ist auch der Grund dafür, dass in der Weimarer Republik die Handelsflotte weiterhin unter Schwarz, Weiß und Rot fährt. Vielleicht keine kluge Entscheidung. Nur der Vollständigkeit halber sei hier noch Wilhelms Enkel Wilhelm genannt, der der dritte und letzte Kaiser des Deutschen Reiches werden wird. Dazwischen liegt die 99 Tage dauernde Regentschaft von Friedrich III., der der Sohn des einen und Vater des anderen ist, ansonsten aber keine Rolle spielt. Dieser Enkel Wilhelm ist gleichzeitig auch der Enkel der britischen Königin Viktoria und das ist so ziemlich alles, was man an netten Dingen über ihn sagen kann. Er ist machtgierig, verlangt in den 1890ern seinen Teil am afrikanischen Kuchen, hat wenig Ahnung davon, wie man ein Land ins 20. Jahrhundert führt und noch weniger Ahnung davon, wie man Frieden hält oder Kriege führt. Unter diesen Vorzeichen dampft Deutschland in Richtung Erster Weltkrieg, aber es ist eine andere Geschichte, auf die an dieser Stelle nur noch mit einer weiteren Bildbetrachtung eingegangen werden soll. Während die Germania von Veith sicher nicht aussieht wie die hellste Leuchte im Raum, würde man ihr doch ohne Not beispielsweise die Betreuung des Faschingsbuffets anvertrauen. In den Jahrzehnten nach der Reichsgründung verändert Germania sich ein weiteres Mal grundlegend und erinnert jetzt nicht ohne Grund an die Walküren aus der Nebelungensaga, von Wagner auf die Opernbühne der Welt gebracht. Dieser Germania möchte man nicht alleine im Dunkeln begegnen. Allerdings, und das ist für das Verständnis des deutschen Selbstbildes erwähnenswert, trägt sie ein Schild und hält das Schwert gesenkt. Sie ist also bereit, sich zu verteidigen und so wie sie aussieht, wird sie das können. Sie plant aber keinen Angriff. Der Erste Weltkrieg wird in diesem Gemälde also als Verteidigungskrieg betrachtet. Dabei ist es ganz gleich, wie viel Realitätsverlust in dieser Betrachtung steckt. Wichtig ist, dass die Menschen es geglaubt haben.